ich benutze als maul weiter e-mail-adresse so keine sorge ich zünze nicht ich zünze nicht nein keine sorge so eine absicherung das ist nur absicherung was machen ja richtig robert benutzer name sonst braucht es gleich bumm so muss das so muss sein so muss sein ja ich habe gerade die bullen verloren ich habe gerade die bullen verloren werfen wir zur absicherung so eine haftgranate hinweist du damit damit zu sterben alter um mein gott mein persönlicher fahrzeug wurde beschlagnahmt hallo 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 schöner mann was gesehen wie ich dir in den kids gegrabt hab ganz ehrlich das geht aber gar nicht los holen holt nicht jetzt geh auf diese website und besuche camgirls nur weil nur weil du unter einem cut zehn minuten arbeit verstehst ja klar alter ich geb mir auch übel mühe ach geil danke fürs umfahren das freut mich sehr das musste auch mal wieder sein nein nein warum können sie bedauern ich habe nur eine pistole du hast nur eine pistole ja ja ich höre auf ja natürlich der lenkraketenwerfer haftbomben ja ich höre auf aber ich schwöre auf alles ist ja wirklich nur eine pistole weil ein kuppel ja war du ja der muss den neuen character machen und darauf habe ich keine waffen nur diese piste hier ach so ja dann lassen wir es mal halt mal komm her steig ein schönes auto haben sie da ich war schon so zehn sekunden am überlegen ob ich dir jetzt einen kopfschuss gebe oder nicht na komm ja fahr wir kommen her ach schade erst mal schön die laterne mitnehmen ah ich bin fast tot ja ich weiß liegen bleiben nein auf Houston ey nein nein ich höre auf ich bin nur dein schatzi ok ok wii bumm ich höre mein auto nur schrotten achso boah junge du hast dich hier rumgepackt wie so eine kleine muschi alter digga er ist da drinne digga er ist da drinne digga er ist da drinne digga oh kratz du bist du ein mixet halt einfach geil low ich mach nix hehehe hehehe hehehehe hehehe 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 ey Ich mach nicht, ich mach nicht. Ich sag, wenn du zünden sollst, ich sag, wenn du zünden sollst. Okay, 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 okay. Ja! So, hier, Robert. Wenn du, wenn es dich vergnügt hier, kill mich, komm. Giff me the headshot. Komm, komm, giff her. Hier, komm, hier, komm, mein Kleiner. Hier, komm. Nein, los, trau dich. Okay. Okay. Ich kill ihn doch nicht. Oh, Gott. So ein richtiger Krämpfer. So ein richtiger Krämpfer. Warte, ich probier erstmal zu landen. Stehen bleiben. Ich kann nicht stehen bleiben. Der Hübsche ist immer mehr. Warte, ich kann nicht stehen bleiben. Er rutscht einfach immer mehr. Der ist weg. Robert, willst du einsteigen? Klar. Ich will auch reinsteigen. Nein. Kannst du vergessen, Digga. Ich glaube, ich explodier gleich. Ach, Digga. Kann ich einsteigen. Was für eine Waffe spielst du, alter? Mit einer guten Waffe. Unfaire Spieler, Digga, so nicht. Flieg weg, flieg weg, flieg weg. Ich war bei Robert. Ich war bei Robert. Der kommt jetzt mit. Wir werden nämlich gleich, wenn ich sage, aus... Oh komm, Digga, lass doch jetzt einmal lassen, Digga. Oh, ja. Das Flatter ist der geile alten Bugatti. Das flattet mir richtig durch die Gimmel. Dann kommt auch ganz viel Benzin da hinten raus. Ne, jetzt sind Roberts Abgase. Wieso springt der jetzt schon? Da hinten ist doch, äh... Nö, ey! Ich hab Polizei. Ey, der schießt mich an, der Wegsa. Ey! Da ist Papa. Da ist Papa. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hier, hinter dir. Ja, ne, ich hör's auch nicht. Digga, was geht's daran? Komm, einsteigen. Ja, warte. Nein! Nein! Alter, was machst du? Alter, was machst du? Kaff gehen! Gebt mir mal! Moin! Aua! Was ist mit er denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Ah, jetzt komischerweise nicht mehr. Jetzt wird mir nichts mehr angezeigt. Ne, jetzt haben sie einen Arsch oben, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Jetzt hat er wieder geschrien, heißt er. Was hab ich getan? Ich hab nur ganz normal mit meinem Gebäufer drauf. Hier, da hinten sind doch mehr Gangs. Hier, jetzt die Straße weiter, da. Hallo! Ich hab voll, ich hab nur auf seinen Kopf geballert, wenn der jetzt explodiert. Wie das jetzt? Ich hab's gesehen, ich hab's auf Video. Aua, die Polizei fährt nicht offen. Nein, bitte nicht. Roll dich, roll dich weg. Nein! Du hast gesagt, ich soll dich töten. Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich wollte mit Ibulinskis noch ein bisschen kuscheln.